Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen bei Child of Light, ein Spiel von Ubisoft, was ja, was ich noch nicht kannte und ich deswegen jetzt mal einfach anfange. Ich habe auch nicht unbedingt extrem viel drüber gelesen, also haltet es mir nach, wenn ich da noch nicht so bewandert bin in dem Spiel. Jetzt kommt erstmal ein kleiner Trailer hier. Uh-oh. Uh-oh. Okay... Wo sind wir hier gelandet? Hier ist ein Licht, was uns blendet. Und da sind scheinbar wir, der Spielcharakter. Träumt sie wirklich oder ist sie wach? Ist sie nicht tot? Wurde es nicht gerade erzählt? Ubisoft presents... ...A Ubisoft Montreal Production... ...Schalt of Light... Ja und damit nochmal ein herzliches Willkommen bei meinem neuen Projekt. Wir spielen Child of Light. Hier ist die Mission The Girl and the Firefly. Und wir laufen jetzt hier einfach mal los. Faser! Hä? Warum soll ich da eh drücken? Right to the old monastery. Wake me from the slumber. What's darker than night? Ich entschuldige mich schon mal für mein Englisch. Shadows lost of light. Das schieben wir mal da direkt mit, ne? Bum, dadum, dumm, 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 dumm. Zack hoch! Zack hoch! Und weiter geht's. Wir sind hier mal wieder in einem Wald. Das erinnert sehr an, äh, Limbo. Da war man ja auch in einem Wald. Was ist hier? Wasser? Steady, only kids easily scare. Okay. Wie komme ich hier jetzt raus? Ah, man kann hier hoch. Okay, man kann da hoch. Alles klar. Zack. Das ist also quasi mit zwei Ebenen oder vielleicht sogar noch mehr. Das war ja unter anderem Limbo nicht. Da konnte man nie irgendwo, oder? Doch, teilweise auch. Glaube ich mich zu erinnern. Irgendwie. Das habe ich ja noch auf meinem alten Kanal gespielt. Von daher habe ich da nicht mehr so Erinnerungen dran. This dream is formed of rigid air. Darks birds fly. I know not where. Oh, das reimt sich. Da war eine Spinnen, oder? War da eine Spinnen? Da war eine Spinnen. Ich habe HP 14 vom 14 MP 6 von 6. Und hier ist ein Licht. No, wake up, wake up. Oh, ja, wake up. Nightmare, let me wake. Oh, oh. Papa, where are you? My heart shall break. Und da kommt ein zweites Licht. Wer ist das? Sieht so ein bisschen aus wie Kirby. Will someone please explain? A waterfall's with no way. I did shake the dew from your eyes. Before more it grows, said common sense. A firefly that speaks at wise. My supper must have been to dance. Foot sounds good, but I am lost. Ever heard of an Aurora? Why, sir, she is me. Boss, sir, and she a split aura. Perhaps you are some kind of flower. He is your fullen ish at once. I am O-O, I am she. Oh, why didn't you say so? Follow me. A lady waits. Hair long as a forest stream. With skin like moss and gleaming eyes. Ah, sir, she knows the way out of the stream. Also, ich muss jetzt dem Firefly hinterher laufen. Das soll ein Glühwürmchen sein. Naja, naja. Aber wir laufen einfach mal. Jus. Ah, man kann den auch benutzen. Okay. Da muss man beide quasi bewegen, so ein bisschen. Das ist ja interessant da hinten. Was läuft da für ein Riesen? Kann man mit dem hier auch irgendwie was machen? What is tight to these branches? Curious charms, little hands, fast and light. Tight, nicht light. Don't you know, sir, these are wishes. Wishes of light left in darkest night. Follow the orange one to find more bright. Wow, we could see that as the noise. Wishes taste delicious. Have a bite. Wait until I tell you further about this night. So, wir gehen hier weiter. Hier ist noch ein Baum. Es wird dadurch heller, oder was? Habe ich das richtig verstanden? So, was ist hier? E. Hier kann man E drücken. Und in den Baum scheinbar reingehen, oder so. The path right over this tree. But I cannot fly there with the sea. Cript, the door is barred. Es skipped around. A trance, loosens, fear. Clear as glass, the answer. Sir, firefly, ignite your wheel. Wow, I barely know you. Do it, and I'll show you. There's three skeptics in a shadow cast. Oh. We have to match the symbols fast. Ah, so funktioniert das, okay. Das muss da hin. Sir, flyerfly, your hour pass is clear. But who would put a door here? Allerdings, wer würde da eine Tür hinbauen? Hm, ich weiß es nicht. We move the sword under. Wer sagt das? Oh mein Gott. Who spoke? Some sort of ghost? The lady of the forest. I'm sure of this. Oh, dann habe ich sehr dunkel geredet für die lady of the forest. Au, 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 take the sword of Matildes. Ist das hier King Arthur, oder was? Oh, es fängt an zu leuchten. Und. Ja. Let's feel real. Look at that gleam. Was ist das? One that thinks looks mean. Fortunately, I would write a sword in the screen. Wie kann man das benutzen? X-X. Äh, ach so. Slash, oder defense slash? Slash. Bam. Okay. Wait, 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 wait. Oh, jetzt ist er dran. Fuck. Zwei. Meine Krone ist runtergefallen. Direkt wieder aufsetzen. Ich bin als nächstes dran. Komm, komm, komm. Zack, jetzt bin ich wieder dran. Zack, bam. Fünf Damage, ungefähr. Ah, der ist tot. Wow. Plus fünf TV XP. Yeah. Jetzt kann ich auch da lang gehen, ne? Nehmen wir das Licht noch nicht. Drücken wir E. Und gehen hier durch. Wo sind wir hier? Oh, Father. How much Father? Oh, whoa, whoa. What is a father? Father. Father sagt er schon. I am his daughter. Gehen wir da nochmal hochkürz. Damit wir vielleicht wieder mehr Licht kriegen, ne? Da war noch was going. So, jetzt gehen wir an dem vorbei. Aber wie? Kann ich ihn auch irgendwie angreifen? Oh, man kommt automatisch in den Fight. Let's fight! Hold links with our fuel. Boom! The sub-tags. Hat das jetzt nicht mehr Bandage gepackt oder so? Ich glaub nicht. Aber plus 50 XP wieder. Level Up! Yeah, nächstes Level! MP plus 6, MP plus 1, Strange 2, Defense 5, Magic 2, Continue! Item Found, Healing Tonic. Select new skills for Aurora. Was ist denn das? So ein richtiger Skillbomb hier? Junge, Junge. Slash kann ich schon, ne? MP, Lightweight, Starlight. Was nehmen wir denn? Was bringen die am meisten? Attack Power, Spell Power 24, 20. Nix. Nehmen wir doch erstmal das, ne? Zack. Kann man noch weiter? Ah, ich hab noch einen. Oder? Ne, ich hab keinen. Okay. Back, Q. So, weiter geht's. Was ist da? Surprise Strike, attack from behind! Ah, ich soll den von hinten angreifen. Jetzt hab ich's verstanden. Da ist noch ne Box, wo man irgendwas kriegt. Healing 20. Soll ich den überhaupt angreifen? Ich bin mir da nämlich noch gar nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da hinkomme. Oh, der Kampf von oben gleich, glaub ich. Oder auch nicht. Na, egal. Oh, der kräft mich auf. Zwei direkt! So, jetzt muss ich ran. Slash Defend Nightmare. Slash Defend Nightmare. Zack, komm Nightmare. Und der irgendwas? Das geht mit dem auf die T-Water. Oder so. Hä? Der ist tot. Okay, der ist weg. Das ist natürlich nice. Ich bin zuerst dran. Mit dem mach ich, glaub ich, dasselbe, oder? Gibt das nochmal? Nein, das gibt nicht nochmal. Da müssen wir slashen. Da. So, Dammit. Der ist auch tot. Und es gibt 100 XP. Level up. Level 3 erreicht. Level 3. Hier bei Shadow of Light. Ein Skillpunkt kriegt. Skillpunkte sind verfügbar. Gucken wir doch mal, was wir da machen. Nehmen wir mal das hier, ne? Kostet ja nix. Kostet ja nur einen Skillpunkt. Zack. Und zurück ins Spiel. Weiter geht's. Es ist ganz schön dunkel. Holz. Achso. Das ist ja der Baum. Aber hier kann man hoch. Da oben ist noch ein Baum. Und eine Truhe. Oder? Was ist das? Ah ne, keine Truhe, sondern ein Schiebe-Ding. Wir schieben das mal. Eine Schiebekiste. Die muss da hin, damit ich da hoch kann. Dumbudum. Dumbudum. Zack. Die Schiebekiste steht. Und ich kann da hoch. Erstmal gehen wir hier hoch. Gucken, was da ist, ne? Da ist noch so ein Baum. Aber da ist noch so ein Vieh. Gehen wir doch erstmal wieder runter. Hier ist auch so ein Teil. Hier ist ne Kutsche. Und ein Vogel. To the Queen of Light. Und ich würde einfach sagen, da machen wir morgen weiter bei the Queen of Light. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Haut herein. Ciao.